Willkommen zurück bei Hogwarts Legacy mit Mio und Nicole. Hallo, dann sind wir wieder zurück mit mir und Thomas. Neue Folge, dann los geht's. Neues Glück. Wir müssen reden. Das Rennen zwischen Ihnen und Miss Olay erfrischt. Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Olay ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fachig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass Ihre Professoren Sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Abgeschlossen. Unterrichtsstufe. Hier stehen nicht gesammelte Belohnungen. Das ist mir gleich ja nicht. Abgeschlossen. Sie ist auch auf der Regal. Geh da einfach mal in das Menü rein. Warte, sag mal, zweite Stufe. Geh mal in das Menü rein, dann. Zweite Stufe haben wir. Ja. Ausrüstung. Herausforderung. Ne, Sammlung. Ja. Ja. 0, 0, 1 von 50. Gehen wir da drauf? Handbuchzeigen, die mit Revidio gefunden wurden. Ausfußbild. Das hat man ja auch so. Inventar. Was ist das? Da oder weiß. Ausrüstung. Menschen und Umhänge. Da kann man sich irgendwann mal umziehen, oder? Gut. Sauerstabgriffe. Gibt's aber. Krieg doch mal drauf bei Menschen und Umhänge. Das ist alles. Haben wir auch nicht. Nein. Die haben noch gar nichts. Die haben noch gar nichts. Lass uns mal in der Schule umgucken. Vielleicht finden wir ja noch was. Herausforderung. Ja. Ein Prozent. Aufträge. Abgeschlossen. Belohnung. Für Erscheinungsbild der Ausrüstung legendärer Handschuh. Ach, ich muss drauf drücken. Dann krieg ich's. Ach, dann hab ich die Handschuhe. Ach so. Was ist das? 0 von 4. Schließe 4 Hauptaufträge ab. Brauchen wir. Dann kriegen wir das da. Ja. Dann kriegen wir legendären Umhang. Jetzt Ausrüstung. Jetzt müsste der Handschuh da sein, ne? Da ist er. Anziehen? Ja. Cool. Aufträge. Besuche den Unterricht der Verteilung gegen die dunklen Künste. Das machen wir, oder? Das müssen wir noch machen, ja. Das heißt, nee, stopp. Muss auf die Karte, ne? Ja. Auf dieses Zeichen wieder. Nein. Auf dieses Schloss da. Aufträge. Da gerade, hier. Da, ne? Ja, jetzt auf dieses Schloss. Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Verfügbare Nebenaufträge sind in Regionen von Hogwarts mit einer, so einer Flagge da. Bekennzeichnet. Die können bei Erkundung der Welt gefunden werden. Diese Auflage verleihen EP, haben aber keinen Einfluss auf die Hauptgeschichte. Ja, aber machen wir aber auch, ne? Aber Punktegeber. Oder? Ja. Wo wir mal hingehen, noch so eine Flagge? Wir sind Lilla. Lass doch mal auf die kleine Flagge, da geht er da hin. Der Astronomieflügel. Ja. Der Flügel von Hogwarts mit dem Astronomieturm, dem höchsten Turm von Hogwarts im Turm, zur Verteidigung, die dunklen Künste und dem Verwaltungs-Verwandlungshof. Ich glaube, ich muss da hingen, oder? Achso, das ist der Ort. Das ist ein Ort nur. Das sind diese Flammen wieder. Du. Ja. Da geh doch mal auch so eine Flamme drauf. Das ist doch eine. Ja, das ist klar. Unterrichtsraum ist eins. Ja, los. Ich klicke das doch an. Neuer Auftrag verfügbar. Ah, da unten. Da hinten ist eins. Ja. Professor Ronin erinnert mich an meinen Großvater. Sehr weise, aber etwas schräg. Äh. Huch. Was ist das so? Da ist was. Da hinten. Du bleibst ja im Klassenraum. Hallo. Wieso? Ich dachte, da ist was. So ein Ding. So ein Hut denn. Was ist das da oben da? Da hinten. Gott. Ne, da ist nichts. Ich geh mal in den Treppen hoch. Achso, meinst du da oben? Stufe 1. Komm, wo geh ich rein? Wieso geht das noch Stufe 2? Nee, Schloss. Warte. Da ist nichts. Ich schmeiß halt rum. Ich geh mal raus jetzt. Was ist das da? Hm, Samantha Dale. Hallo. Du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Das ist nett von dir. Das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Tschüss. Guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Da oben ist irgendwas. Irgendwas Weißes. Hm. Dann geh da rein. Du musst auch so gucken, ob du irgendwas findest. Wie bewegende Bilder und so. Wie geht das Nummer 1? Nummer 1. Klatsch. Was machst du denn da? Hör auf! Die guckt schon so. Nee, R war es, ne? Hör auf jetzt, ihr habt sie drücken. Warum? Wahnsinn, mach. So. Na frei. Da oben. Da ist ja was. Ah, da hast du, wirst du, fehlt mir die Sachen in den anderen Räumen, du? Da kommen wir noch in den Tränen. Ist hier was? Nee, da ist gar nichts. Ich wollte dich noch fragen. Hier. Da ist was. Ja. Wie mach ich das jetzt? Wie mach ich das? Weiß ich nicht, ich verstehe es gar nicht. Du hast die ganze Zeit in den Zauber gemacht, du musst wissen, wie das geht. 1, oder? 1 ist Licht. Was? Du hast ja auch gepasst, ne? Hier. Nein, nicht zerstören. Krepier ich nicht. Machen die da. Machen die da. Guck mal. Und dann das Buch. Ich glaube, ich gehe jetzt zur Hauptaufgabe, oder? Wir müssen andere Sachen auch machen. Geh aus, wo? Die Karte. Und da hat diese kleinen Flammen die Grause. Die machen wir jetzt. Welche? Wo Grause? Geh da ja ran. Da die grauen Flammen, da sollst du hingehen. Dann da hoch. Astronomie-Turm. Ja. Wegpunkt festlegen. Da hoch. Guck mal. Achso, ich brauche nur einfach in den Raum gehen, dann wird der schon gemacht, ne? Ja. Da rein, ne? Ja. Guck mal. Da ist noch was. Hallo, Jesus. Kiste. Ne. Ich glaube, wir sind weiter hoch. Jetzt sind wir da. Da ist ein Punkt. Da. Ach, das wird automatisch gemacht, wenn man hingeht. Gehört? Ja. Jetzt ist er da. Das kommt automatisch. Ja. Wieder mal auf Abenteuertour. Ruhe. Aufheben. Meine Liebe, Set... Was? Setia... Wie? Seti... Set... Ja... Warte. Geh mal nicht so weg. Was? Du bist aus dem Bild. Achso. Du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Meteoroidenschauer geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und ein britischer Astronomen beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel, wohlgemerkt, soweit ich weiß. Und vorgeschlagen, die Position des Staubs auf der Erdumlaufbahn zu brechen, um eine Verbindung zwischen Meteoroiden und Kometen herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, dass sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen könnten. Frustrierenderweise hatte ich in meiner Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise nach Tanta Manta später in diesem Jahr. Das wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und hoffe, es geht dir gut. Liebe Such Fita. Tanta Manta. So was wir mal aufwenden, ne? Ja. Da gibt's Schluss. So was wird, ne? Äh. Ich werde nicht, ne? Ich glaube, wir machen jetzt mal die Aufgabe weiter. Ich glaube, wir machen jetzt mal die Aufgabe weiter. Wissen das? Ich denke mal nicht hin, ich würde mal nicht hin. Ich denke mal nicht hin, nicht hin. Ich denke, mein Gott, stopp. Schloss auf Stufe 1. Das wollen wir auch mal kriegen hier, dass man das auch machen könnte, weißt du was tun? Du weißt doch was tut. machen wir auch nebenaufgaben nebenaufgabe gekriegt wo die flanken sind noch nicht aufträge da ist was da unten was heißt denn das hier eigentlich wie mehr aufgaben beziehung sekundär abgeschlossen alle besucher den unterricht zur verteidigung gegen die dunklen künste was ist das gegen die dunklen künste wir müssen das jetzt machen dann machen wir das da ist der weg ne wieder runter gehen wir hin oder aber nebenbei guckst du ob du es auch machen kannst du guckst ob hier drunzen oder so und du auch ich glaube ich sah ich gucki wolle da sind wir schon ein geist der schaut sich gerade sternen bilder an da war man doch schon da war bei gelaufen geht weiter ich muss das mal durch lassen ich will dich weg schubsen ich bin alle weg ich sehe nicht sonst wo wo ist die spiel nicht mal hin bis zu kommen von punkt zu punkt gehen jetzt mal freischalten und so war langsam doch noch nicht die tischung langsam die kratzen und die auch katzen film eine abonnung Ich höre was. Also. Runter. Hotter. Ne. Da drauf. Ja. Wir sind da. Darf ich immer drehen? Guck mal. Deine Liebstbeschäftigung. Oh, Skilett. Darf ich es kaputt machen? Oh, dicke, ne? Krass. Jo. Du rufst ja gerade an, du drehst. Da. Da ist es doch. Da ist es immer. Ähm. Anfang. Los geht's. Das ist nochmal voll gemacht. Mit die Ritter. Das ist doch frei, die lernen. Das lernen wir es. Sollen sie so gut und jagen sie einander in ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einmal die Lernen. Einen schwarzen Hebriden Schäbe. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der sie sicher gehört haben. Und, falls sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wilderer-Ring in Ost Wales ausschalten und sich nun damit brüsten kann. Pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod die schwarzen Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso? Mit Wissen. Ein Lebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Pult? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Bei Hogwarts Legacy. Bis dann! Und dann üben wir... Le... 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 Le...